Hallo und herzlich willkommen auf eurem GIMT-Tutorial-Kanal. Mein Name ist Michael. Heute möchte ich gerne Helligkeitsmasken mit Darktable erzeugen oder In-Darktable. Helligkeitsmasken, ja, Luminanzmasken oder Luminositätsmasken, schwieriges Wort. Und das kommt ursprünglich aus der Landschaftsfotografie. Landschaftsfotografen haben das benutzt, um bestimmte Bereiche separat zu bearbeiten, sozusagen. Ich habe das mal hier kurz geschrieben, deshalb bin ich noch auf meinem Desktop und noch nicht in Darktable. Ihr könnt hier sehen, Helligkeitsmaske in Darktable. Da habe ich doch ein bisschen, das bringe ich dann unten in die Beschreibung des Videos mit hinein. Da könnt ihr so ein bisschen nachlesen hier, die hauptsächlich von Landschaftsfotografen verwendet wird, entsteht die Möglichkeit zielgerichtete Farbtöne zu bearbeiten. So habe ich das geschrieben und da könnt ihr hier noch ein bisschen nachlesen. Und Darktable findet ihr natürlich zum Runterladen, wenn ihr das nicht kennt, hauptsächlich die Windows-Leute natürlich, darktable.org. Und da kommt ihr zu einem Download-Link für euer dementsprechendes Betriebssystem. Ich mache mal zu und nehme heute eine JPEG-Datei, also kein RAW-File. Könnte ich, mache ich aber nicht. Ich habe hier so ein schönes gefunden und werde das mal mit anderer Anwendung, so geht es unter Linux relativ schnell und nehme einfach Darktable. So, und dann startet eben Darktable und hat mir gleich hier das Foto in die Dunkelkammer hineingeladen. Und um Luminanzmasken zu erzeugen, brauchen wir einen Filter, wir nehmen hier, oder ein Modul, und dementsprechend nehmen wir hier Belichtung. Und wenn wir Belichtung aufklappen, dann haben wir hier erst einmal manuell die Möglichkeit, das einzustellen, eben Belichtung, Abschneide, Schwellwert, Entschuldigung, und Schwarzwertanpassung. Aber wir wollen ja eine Luminanzmaske erzeugen, mit der wir dann arbeiten können. Das bedeutet, wir müssen erst einmal hier unten, das sieht man hier Ausschalten, einheitlich bedeutet, hier kann ich also Überblendmodi nehmen, wie überlagern, weiche Kanten etc. Hier kann ich eine gezeichnete Maske erzeugen, hier kann ich dann eine parametrische Maske erzeugen, die brauchen wir, die parametrische Maske, oder eine gezeichnet parametrische Maske. Hier unten haben wir noch eine Rastermaske, aber mit dem beschäftigen wir uns heute nicht. Gezeichnet parametrisch bedeutet, hier kann ich dann dementsprechend noch Bereiche aus der Maske ausschließen oder hinzufügen. Wir nehmen mal heute einfach diese parametrische Maske und klicken hier drauf und da geht ein weiteres Untermenü auf und da haben wir erst einmal den Überblendmodus, von dem ich hier schon gesprochen hatte, einheitlich. Hier kann man dann dementsprechend Überblendmodi benutzen, wie man das auch von GIMP kennt oder von Photoshop oder von Lightroom. Dann haben wir hier diese parametrische Maske und hier haben wir einige Buchstaben, die wir nehmen können, RGB, klar, HSL und so weiter. Und wir brauchen L, also Luminanz. Wir wollen ja eine Helligkeitsmaske erzeugen, also Luminanzmaske. Und da klicken wir mal drauf und jetzt haben wir hier dieses L markiert. So, jetzt einfach mal nach unten scrollen und hier haben wir dieses gelbe Viereck mit einem Kreis in der Mitte. Da steht dann Display, Mask and Order Channel etc. Das könnt ihr dann nachlesen, aber das brauchen wir, um eine Maske zu erzeugen. Da klicken wir dann mal drauf. Und jetzt haben wir hier bei der parametrischen Maske einige Einstellungsmöglichkeiten. Wir können hier mit Pipetten arbeiten, wir können Polarität aller Kanäle umkehren, wir können Maskeneinstellungen zurücksetzen. Und hier, Entschuldigung, kann man auch wieder Polarität von bestimmten Bereichen in der Maske umkehren und hier haben wir Eingabe, Ausgabe. Also kombinieren bleibt ausschließend und hier unten haben wir noch die Möglichkeit, Ausblenden anwenden auf Eingangsbild oder und Ausblendradius, Maske weichzeichnen, Deckkraft der Maske und Kontrast der Maske. So, jetzt habe ich das da mal durchgeackert mit euch. Und jetzt werden wir versuchen, so viel Gelb wie möglich wegzukriegen und zwar wollen wir dieses Gelb nur dort haben, wo wir etwas herausheben wollen. Ja, also eine Luminanzmaske. Ich gehe einfach mal hier auf Eingabe hier und ziehe mal von rechts nach links. Und ihr seht, durch dieses Ziehen bekommen wir hier Bereiche, die von der Maske ausgeschlossen werden. Also zum Beispiel den Wagen hier. Das ist so meine Absicht. Man muss natürlich immer aufpassen, dass man das nicht übertreibt, sonst gibt es Hallo-Effekte oder unerwünschte Artefakte in den Fotos. Vor allen Dingen in den RAW-Files auch. Da muss man sehr aufpassen. Ihr seht, hier kann ich diese Geschichte hier dementsprechend so bearbeiten. Vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen hier. Da muss man sehr aufpassen, dass man nicht zu sehr diese Geschichte übertreibt. Ich werde mal noch ein bisschen hier arbeiten. Das ist dann einfach Gefühlssache. Da muss man sich so ein bisschen durcharbeiten und durchtesten, wie man das am liebsten, am besten für sich haben möchte, damit man bestimmte Effekte erzeugen kann. So, jetzt gehe ich hier runter oder wir gehen hier runter und schalten die Maske aus. Aber die Maske ist nach wie vor vorhanden, beziehungsweise die Bereiche, die wir maskiert haben. Das kennen wir ja auch aus Gimp. Wenn wir da eine Maske hin machen, dann zeichnen wir in der Maske zum Beispiel auf einer schwarzen Maske mit Weiß, um bestimmte Bereiche auszuschließen und umgekehrt. Und so ist es hier auch. Also die Maske ist aktiv. So, und jetzt können wir hier oben über das Belichtungs, über die Möglichkeit der Belichtung sozusagen, Einstellungen vornehmen, über diese Schieber. Und wenn ich jetzt hier mal die Schwarzwertanpassung nach rechts ziehe, dann müsste theoretisch hier alles abdunkeln. Und hier mal nach links, nach links, da tut sich nicht viel. Das heißt, ich habe hier einfach zu wenig mit der Maske gemacht. Dann machen wir das nochmal von vorne. Ich habe ja gesagt, man muss sich da durch ackern. Also hier, Luminanzmaske. Jetzt ziehe ich das Ganze hier nochmal ein bisschen nach, das Ganze zurück hier. Machen wir hier. Und schauen wir mal, wie weit das hier nach hinten geht. Da oben. So, und jetzt versuchen wir das nochmal. Ja, und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, das Schwarzwert ganz nach oben zu ziehen. Und hier seht ihr, wenn wir jetzt hier arbeiten, kann man ganz deutlich dementsprechend mit der Belichtung arbeiten. Hier können wir dann noch so ein bisschen nacharbeiten. Schalten wir die Maske wieder zu. Und schauen wir mal, dass wir hier ein bisschen mehr gelb hineinkriegen in bestimmte Bereiche. Oder herausnehmen, schauen wir mal. Da war ich schon. Nehmen wir es mal so. Schalten die Maske wieder aus. Und jetzt wird es wieder ein bisschen mehr abgedunkelt, das Ganze. Nehmen wir es mal aufzeigen hier. Und dementsprechend kann man dann bestimmte Werte hier dementsprechend in der Luminanzmaske verändern. Ich hätte es ja gerne ein bisschen dunkler gehabt, aber ihr seht hier den Ansatz. Ja. Hier wird es schön. Durch die Maskierung bleibt der Wagen hier gut erhalten in seiner Leuchtkraft, in seiner Helligkeit. Und setzt sich dann durch eben die Schwarzwertanpassung und so weiter und die Belichtung dementsprechend von diesen Geschichten hier ab. Also ich kann hier die Belichtung, kann ich auf Minus drücken. Ja, Minus 3, ihr seht das. Und der Wagen bleibt trotzdem innerhalb dieser Maske eben erhalten. Und außen herum wird alles dunkel und schwarz. Je nachdem, wie wir es hier vornehmen wollen. Jetzt können wir diese Geschichte zumachen und wenn wir wollen, können wir hier noch ein bisschen mit den RGB-Stufen arbeiten. Aber ob das Sinn macht, weiß ich nicht. Aber dementsprechend seht ihr hier, könnt ihr da noch ein bisschen nacharbeiten. Und da seht ihr, jetzt wird es noch besser durch diese Maske. Und ja, also, so könnt ihr das nacharbeiten. Sieht doch toll aus, finde ich einfach. Wir haben hier das Original, ja. Dann haben wir diese Belichtung, die Maske gemacht. Und zum Schluss haben wir hier noch ein bisschen mit den RGB-Stufen nachgearbeitet. Und so könnt ihr wunderbare, tolle Luminanzmasken erzeugen. Ich gehe nochmal zurück. Klappe Belichtung auf. Ja, wir haben hier parametrische Maske genommen. Ihr könnt auch eine gezeichnete Maske nehmen und dann hier die Maske dementsprechend ausschließen. Hier habt ihr dann die Möglichkeit, die parametrische Maske dementsprechend einzustellen. Und hier habt ihr dann natürlich das Zuschalten und Ausschalten der Hilfe sozusagen zu der Maske. Die ist ja noch nach wie vor dann erhalten. Okay, also, ich hoffe, ich konnte euch ein wenig weiterhelfen. Es hat euch ein bisschen Freude gemacht. Baut es nach. Ich habe unten in der Beschreibung, wie gesagt, den Link zu dem Wagen. Aber ihr könnt es auch mit Landschaftsfotos, die ihr gemacht habt, RAW-Files, JPEGs etc. Mal austesten und könnt verschiedene Maskenformen euch malen sozusagen. Ich gehe mal hier hin und gehe mal auf diese, dann zeige ich das noch, gezeichneten Parametrischen. Da kommt hier zusätzlich noch die Möglichkeit dazu, die Maske zu zeichnen. Hier kann man die Polarität der gezeichneten Maske umkehren. Hier wird man die Werkzeuge wieder los, wenn man hier draufklickt. Und hier kann man dann dementsprechend auch arbeiten. Gehen wir wieder zurück auf die normale, parametrische Maske. Ich hoffe, wie gesagt, noch einmal, ich konnte euch ein wenig weiterhelfen, ein bisschen Freude machen. Und das sieht ja hier ganz gut aus. Wie gesagt, versucht es mal mit anderen Fotos, mit euren eigenen. Und arbeitet einfach dann mit Kurven nach und so weiter, bis ihr das gewünschte Ergebnis findet für euch, wie ihr sagt, ja, das sieht toll aus, da hat die Maske mir geholfen. Ja, das ist ja das Wichtigste, dass so eine Maske hilft. Das haben wir hier erreicht, indem wir hier dieser ganzen Geschichte noch so einen hohen Kontrast und Schwärze hineingegeben haben. Und auch der Wagen bleibt hell und so weiter. Und das sieht einfach toll aus. Es ist ein guter Effekt geworden, finde ich. So, also nochmal, herzlichen Dank fürs Schauen, wenn die neuen Menschen hierher gefunden haben. Gleich kommt der Abspann, da kommt das Kanal-Symbol. Wenn ihr da draufklickt, könnt ihr diesen Kanal abonnieren. Das würde mich sehr freuen und ja, herzlichen Dank fürs Schauen. Ich zeige nochmal den Unterschied. So haben wir angefangen und so sieht es dann zum Schluss aus. Und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.